Aber das ist wunderschön. Thomas, bekommst du einen Shot von seiner rechten Hand, bitte? Ja, ja, er missbraucht seinen rechten Fingern. Und es sieht auch nicht aus, dass es ein recenter Loss ist. Dieser Mann ist der Matchmaker. Nun, er hat sicherlich nicht sich zu töten und es so umsetzen. Mal sehen, was anderes du findest. Was ist das für ein riesen Schlauch? Ich zeig gerade einfach meine Hand hier so rechts. Was ist da für ein Schlauch dranhängig, ey? Was? Was? Okay, bring dich gegenseitig um. Hau anhalten! Du kostest mir! Boah! Du bist ja nicht im Ketter! Ich steh'n, Mann! Oh, fuck off! Achtung, Achtung, Achtung! Jetzt hole ich ihn! Stopp! Voll ins Gesicht getreten! Und mit der Axt nochmal nachschlagen! Du ekelhafter! Du ekelhafter! Ne? Haha! Die Person weiß, wen ich grad meine. Okay, war nix. Auf jeden Fall, ähm... Ja, da ist wohl dieser Matchmaker-Typ da und hat wieder irgendeine Leiche präpariert und blups und so weiter. Man kann's ja lesen, auf Deutsch, unten. Ich kann hier etwas Hilfe machen! Shit! Ich kann ihn nicht mehr lange halten! Dawson, du bist noch mit mir? Oh, fuck! Vielleicht zwei auf einmal! Der eine kommt, der andere geht! Stirb! Okay, nehme ich jetzt mal die drei? Nimm ich jetzt mal die drei, war? Drei! Voll Genick, gebricht! Hat er verdient, die ekelhafte Sau! Nix! Ah! Komm mir nicht um die Ecke, ey! Du bösartiges! Bösartig Vieh! Des bosaften Bösen! Palpenion Popa Pop! Du stirbst! Okay, ist kein echter. Polizia! Ich glaube, ich habe etwas, Thomas. Die klippchen von der報karten, die du in der Straße findestest, in der Metro-Station, jeder von den Artikeln spricht über einen kiepferlosen Kiepferlosen. Ein kiepferlosen Kiepferlosen, der auf deinem Liste war. Nix namens wurden erwähnt. Von denen, sie von den neigen wurden aus dem kiepferlosen in jeder von den klippchen, von einem kiepferlosen Kiepferlosen Kiepferlosen. Die einzigen Namen, die nicht gesammelt wurden, waren der Matchmaker und der Torturer. Von den Namen, die gesammelt wurden, alle diese Fallen wurden kiepferlosen. Und jetzt kannst du mit dem Matchmaker aus dem Kiepferlosen. Wait, wirst du sagen, dass jemand jemanden kiepferlosen Kiepferlosen? Also, er geht um die Kiepferlosen Kiepferlosen und dann markiert ihre Namen in seine kleine persönliche Diary? Das klingt schrecklich, nicht wahr? Das klingt, aber... Es hat sich um, fast macht Sinn. Oh! Ah, shit. Nein, Sir. Ich muss dich zurückkommen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg! Ah, die Polizei jagt uns! Bevor sie am Tränen, Gas ersticken. Ah! Lebt der noch? Lebt noch! Oh Gott. Schnell, exit, exit, exit! Och, renn noch mal, Junge! Du hast den Kopf, Alter! Da will ich losste, okay? Oh, wow, 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 wow was grab, wow, 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 wow! Das ist grad gar nix, ey. Undai- drei Metallstück kennen gefunden, wo es geht. Null auszeichnen, lebendig mal verschroffelte Blabla. Wir schauen uns jetzt auf die nächste Sequenz an und dann mache ich hier wieder einen kleinen Cut. Meine lieben Freunde, die Nacht. Blablabla. Nuschelnacht, ja. Ach du Kacke. Ja. Sie werden mich zurückkriegen. Sorry. Also, die Fingerprint in der Metro Station und die Bootprint sind nicht die Matchmakers, aber dieses andere Mann. So, ist er der Torturer? Doubtvoll. Es ist nicht der Torturer's M.O. Think about es. Die finalen Mörder in jeden Fall auf Ihren Liste endet mit einem Killing similar zu den vorherigen. Dieser Mann geht um die Killers in der gleiche Weise, dass sie die Innocent killen. Er ist wie ein Oberkiller. Ein Serial Killer X. A Perp, nicht auf Ihren Original Case-Liste. So, dieser Serial Killer X Kills Serial Killers. Er nimmt sie durch ihre eigenen Methoden. Wenn der Torturer ist, was er seine M.O.? Pretty sick stuff. Er liebt zu abducken Menschen, torture sie für Spaß, dann lassen sie loswerden und schütten sie. Sein Ziel ist es, um sie zu schützen, damit er nicht die Finalen Blöde zu erzeugen. Was ist diese Stadt gekommen? Okay, also, ich habe zu finden den Torturer und zu retten, damit der neue Körner nicht ihn zu töten? Das Leben von einem Agent. Ja, ich bin nicht mehr ein Agent, wahrscheinlich. Entschuldigung. Ich kann dir nicht den Büro-Dossiel, den Torturer, wie du kannst. Aber wir können ein paar Publikum finden. Und ich habe etwas anderes, du musst dich sehen. Okay. Es ist zu gefährlich für mich zu kommen, zu den Büro. Kannst du mich in der Stadt-Library treffen? Du weißt, dass es ein Feuer da war. Das Ganze hat alles geblieben, um zu reparieren. Genau, es gibt Schmerz, aber es muss noch ein Terminal, der noch arbeitet. Und niemand wird wissen. Könntest du mich in 15 Minuten treffen? Ich werde da sein. Oh, so. Okay, Leute. Das war dann der Übergang zum nächsten Teil. Ich speichere das Spiel mal. Burnback Addy. Ich möchte den aktuellen Spiegel überschreiben mit Burnback Addy. Jawohl. Also, ähm. Ja. Wir waren jetzt im Kaufhaus, haben da alles gemacht. Und jetzt geht es demnächst in die Bücherei. Da freue ich mich schon drauf. Erstmal mache ich hier einen kleinen Cut. Äh, ich weiß nicht, ob ich heute noch was aufnehme oder... Na gut, heute. Heute bestimmt, aber nach dem Schlafen oder vor dem Schlafen. Ich rendere erstmal die Parts. Guck mal, wie sie geworden sind. Ich schaue sie mir erstmal an. Nicht, dass ich wieder zu viel rumschreie oder so. Wie das letzte Mal. Und dann, ähm, sieht man sich. Wie gesagt, äh, wenn ihr andere Videos sehen wollt, sagt mir lieber Bescheid, bevor ihr mich deabonniert. Weil das ist voll schlimm. Naja, bis denn. Ah! Aaaaaaah!